Ayo, was geht ab Freunde, Allkampfstart für euch, Allkampfstart für euch, Herzlich Willkommen, ich bin so durch mit der Welt, zu einer weiteren Folge von Let's Be Assassin's Creed Rogue, das letzte Mal, ja, sind wir hier auf den Seen stehen geblieben, es geht auch weiter hier auf den Seen, ich bin jetzt schon mal in die Mission reingegangen, weil ich doch relativ weit weg war, habe ich bis hierhin gespielt, bin jetzt auch schon in die Mission drin, weil wir gehen direkt vor der Kanada rein, wir haben nicht mehr so viel, ich glaube so eineinhalb Stunden oder so, wir werden das Ganze auch zwei Folgen noch aufteilen, dass wir sozusagen acht Folgen haben und dann, ja, ist so beschuldet Okay So So, andocken Perfekt Ah, das ist klar Ah, die Wally, das ist nicht so ein Minik Ich glaube die Doch, tun die Ich finde nicht so, wir sind so die Es ist das Hier so, jetzt hier, 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 rüber, dann hier rüber, jetzt hier so, zack, zack, zack. Nice. Sehr korrisieren. So. Warte, wenn du das mit? Warte, 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 warte. Oh, fiss dich. Komm her, du Hund. Lan. Stirb. Oh, warte, warte, warte. Hallo. Was machst du denn, habiby? Was machst du denn? Was machst du denn? Das ist nicht gut. So Das soll ich mal ein bisschen durchdrehen Okay, warte mal Die Wallet, genau, genau, die müssen wir erstmal finden So, die Kettler haben ihren Hund auf mich gehetzt Zeit, euren Mut zu beweisen, Che Sorry Die Wallet, Digga Du hessischer Kobold Komm, 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 schnell, schnell Hallo Mach's, machst du Beweg dich Spass, alter, beweg dich doch Die Wallet hat die Walle erwacht Und der Schlachter Und auf seinem Schiff Das geht nicht los Fängt an die Mörser Ansonsten schwimmen wir nach Hause Der Brust wird zu sehr zu engen Keine Sorge, Sir Che hat uns schon aus Engel entschaut So, komm, mein Hund Der Flut vor uns ist eine Sackgasse Adeo Wally kommt nicht raus Feuer Locker trimmen Alles weg Ein Macht euch bereit Feuer 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 Oh mein Gott Feuer 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 Nein! Warum? Schwanz lutschen! Lutschen! Verdammt. Okay, warte, ich muss guck ein bisschen mehr die Mörse benutzen. Der Waffe und der Schlachtwärm ist und auf seinem Schiff ist der Entwurf. Schenkt an die Mörser! Ansonsten schwimmen wir nach Hause! Komm, komm, komm! Der Fluss wird zusehends enger. Keine Sorge, Sir. Trey hat uns schon aus Dinger entschattet. Und der Grupport ist eine Sachgasse, aber die Wahl kommt nicht aus. Komm! Feuer! Feuer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Feuer! Feuer! Hat es gereicht? Das haben wir es geschafft, glaub ich, ne? Ich glaube, es ist gerecht. Ja, es ist gerecht. Let's go! Adiwali hat sein Schiff gestrandet! Eine neue Taktik. Er rettet seine Crew. Nein. Er kämpft sein letztes Gefecht. Enttäuschen wir ihn nicht. Ich werde von oben für Ablenkung sorgen. Nehmt einen anderen Weg. Geräusch. Ja, das ist er von oben. Oh, du war es nicht. Er ist da oben. Ja, das ist er. Hier ist der Wagen. Ja, was du? Ja. Ja, das ist er. Gehe, die Frau, endlich in der Wagen. Ja. 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 Das ist der Weg. Großsteuer-Kettenhund-Templer-Großmeister. Ich muss Ihnen hoffentlich um Ruhe gesorgt haben, wenn Sie mich zu zweit jagen. Durchaus. Wir warten viel zu lange, ein Stachel in unseren Fleißen. Warte mal. Komm, komm! Du musst mich verarschen, Junge. Wir schlafen. Ich kann es hier, wenn ich... Wir schlafen ein Verräter. Halt, was ist denn so eine Steuerung, Mann? Wir schlafen. Komm, komm! Oh, du dummer Huber und Sohn. Ach, du dummer Bastard, Mann! Es ist scheiß Buschkinder in diesem scheiß Buschen. Dumm Ziegenfickkinder, Junge. Wie mich das aufregt. Mein Gott, Alter. Okay, ich versuche ihn zu umgehen. Halt! Ich muss dich sprechen. Halt! Ich muss mich nicht aufregeln, was du schütztest. Wie lange hast du dich? Die Steuerung hier. Ja, ja, Digga, es braucht noch 70 Jahre, bitte. Bitte, braucht noch 70 Jahre, bis du irgendwas auswählst, Digga. Meine Fresse. Oh mein Gott, Alter. Das hätte so easy enden können, aber nee. Schwanz. Oh Mann, bist du ein Hurensohn. Mann, steh auf. Ich hab keine Zeit für den Scheiß, Mann. Nein, nicht das. Bitte halte dich doch an, was du spasst, Alter. Kommt, kommt. Ja, keine Chance. Oh, die Steuerung, Mensch, das ist so fucking 18 in dem Game, ne. Das ist fucked so ab, Alter. Er macht manchmal nicht, was ich sage. Ich wollte auf den Baum springen, aber der springt halt irgendwo. Nach Afghanistan, Digga, springt der. Ich kann ihn schütteln, aber nicht sehr klug. Er ist schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Ja, bringt halt nichts, ne? Bringt halt aber auch irgendwie nichts. Lass mich in Ruhe. Digga, ich kann nicht mal die Pistole nachladen, ne? Ja, deine Huremutter. Digga, ich hab halt Kreis gedrückt. So, er juckt halt keinen, ne? Nein. Ja, das war's. Gott sei Dank, Alter. So ein Müll. Vergib mir, Radewale. Du redest von Vergebung, Kind. Die Hölle wartet auf dich. Dann betrete ich sie mit Stolz. Wissend, das Richtige getan zu haben. Es ändert nichts. Achilles hat bereits, was er braucht. Und ich töte jeden Mann, der ihn verteidigt, wenn ich muss. Es darf ihm nicht gelingen. Du bist jetzt ein Monster, Shay. Vielleicht, ja. Kommt. Na Gott sei Dank, Alter. Was ist denn direkt ein bisschen? Fortsetzen. Perfekt, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Legende folgt auf Legende. Du siehst so aus. An diesem Punkt ist der Krieg noch nicht vorbei. Aber die Franzosen haben ihren Schwung verloren. Die Templer können sich jetzt ganz auf die Assassinen konzentrieren. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Geisteskrank. Geisteskrank. New York, Digga. Sequenz 6. Jo. Ne? Chillisch. Wie steht es um die Vorläufer-Sache? Wir sammeln Schiffe und Vorräte, aber es ist schwierig ohne ein bestimmtes Ziel. Ich habe Männer. Sie reichen, um meine Crew aufzustellen, Chivalier. Hope hat herausgefunden, wie man Franklins Experiment reproduziert. Schon bald kennen wir die nächste Vorläuferstätte. Und ihr seid sicher, das zu schaffen? Ich habe Augen und Ohren, Mentor. Das Gerät ist in Kürze fertig. Sehr gut. Berichtet mir. Oh, shit, Digga. Okay, warte mal. Hope ist halt die... Eine Tuss, ne? Oder wie ist es so gut? Oder was ist die andere? Oh, das geht gar nicht mehr. Na, komm, hoch hier. Geh mal! Halt! Ich muss... Ich kann nicht! Wir gehen! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! so Digger wollte mich, wollte mich verarschen. Von wo? Warte mal, lass mich kurz... Wo kann ich rasten? Lass mich kurz gucken. Da unten. Genau. Ganz kurz. Perfekt. Oder? Ne, warte. Digger wollte mich verarschen langsam, Alter. Was zum Teufel? Oh, ne, warte. Komm her, du Hund! Hund! Warte, lass mich kurz gucken, ob die bis zur Munition haben. war ja klar ist sehr schön sei jetzt gewarnt ihr hunde jetzt können wir kurz hier die scheiße machen na komm hoch hier zack der banden führer der assassin wo könnte dieser herr sei das ist ja nicht das ist nur ein gegner ach digga dein ernst hallo digga ist das dein ernst was machst du denn was war das was ist das für ein scheiß man ja was digga was bist du du für ein hurensohn digga digga ich verstehe das nicht ne ich verstehe das nicht digga was ist mit dem los man krieg den dauer was ist das für ein hurensohn digga was ist das für ein hurensohn boah ist das glück digga es ist so nicht digga nerv mich doch nicht junge das haben wir geschafft korrekt das ist ja so viele so kleinen krams wie man machen kann digga was interessiert mich da das nicht so scheiß auf alles einfach hier rüber wir sind bereit gute werke zu tun ich warte auf eure anreizungen ich warte auf eure anreizungen es geht derzeit nicht gut die assassinen können die vorläufer schatulle in gang setzen sie planen schon eine expedition dann müssen wir sie aufhalten hob hat hunderte männer und die obrigkeit tut rein gar nichts was wenn wir uns für sie ausgeben und ein so großes verbrechen begeben dass sie diese briganten nicht mehr ignorieren können klingt nach einem guten plan jack mach das ich muss wissen wo die assassinen stecken täusche ich mich oder will er dass wir ärger anzetteln macht euch einen spaß draus shell ok ok du hast recht schneller komm schon ich bin zu jung zum sterben sterb im idiot sonst sind wir beide tot so 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 du hast du hast du hast Geben wir nicht erbärmliche Gauner ab. Nein. Ich heb das Niveau. Was ist das Ziel? Die Armeekasse. Wir müssen schnell sein. Ein Regiment ist bereits unterwegs zu dem Fonds, wo die Münzen lagern. Toll. Sicher habt ihr einen Plan. Da sind viele Gefangene. Geht rein, hisst die Bandenfahne. Dann befreie ich sie. Ihr wollt Verbrecherpack befreien, das für die Assassinen arbeitet? Nun, wir müssen die Armee auf sie lenken, oder nicht? Denkt dran. Ihr hisst die Fahne. Ich sorge für den Aufstand. Okay. So. Also, zieh hoch. Nochmal höher. Durchschneiden. So. Ne, Glinda. Junge. Zwiebelig. Okay. So. hallo hallo Was ist das drin? Munition, ne? Wie komme ich in die Truhen rein, Digga? Das ist ein bisschen komisch gemacht Das ist ganz, 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 ganz komisch gemacht Die Truhe ist irgendwo am Arsch der Welt, Digga Warte mal kurz, ähm Was ist das denn für ein komischer Scheiß? So Was? Ja klar Digga, bist du behindert? Natürlich Hallo Oh, Zwiebelisch So, ähm Ja, jetzt habe ich natürlich keine Dings mehr, ist klar Natürlich ist jetzt nicht so geil Was mache ich jetzt? Scheiße Ich muss kurz zurück Das ist ja grad in der Nähe Danke Alles entspannt Ja, damit So, nice, geschafft Aus dem Fortentkommen Okay, alles klar Hallo Wie weit ist das denn hier, der Scheiße? Oh mein Gott, Digga Das schaffe ich niemals, oder? Doch, doch Ich sollte das hinbekommen Ja doch, alles klar Alles klar, alles klar Alles gechillt Was ist denn hier passiert? Die Gefangenen, Sir Sie wurden alle befreit Es waren einfach zu viele Na gut, wir müssen das in Ordnung bringen, stimmt's? Zeit diesen Verbrechern das Handwerk zu legen Es klappt, Jack Mit ein bisschen Glück Vernichtet die Armee, die Briganten Ich mache mir mein Glück Ich mache mir mein Glück So, ein Zwiebel, Alter Richtige Zwiebel Sorge von der Schaudern wie leisig So. Alles klar. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Alter, warum so weit? Ist aber alles in der Stadt, okay. Ey, guck mal, schnell reisen kann ich machen. Ist immer schneller dort. 30.00, gleich kommt meine Pizza. Und ich schaff die Folge so ungefähr noch bis hin. Wenn nicht, dann pausier ich sie kurz, essen und dann mach ich weiter. Wir haben hier noch ein bisschen. So, was geht, Jungs? Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht. Wo ist euer Boss? Wenn ich es sage, bringt sie mich um. Sagst du nichts, bringt er dich um. Sie ist in dem Herrenhaus. Dem mit den Gärten. Gehen wir? Digger, so ein kaltbüftiger Wichser. Auch ihr besitzt eine verborgene Klinge? Dachtet ihr, ihr wäret der einzige? Nun ja. Vermutlich. Ja, tüchtiger. Eine Spende der Bruderschaft. Verstehe. Unser Einsatz war ein Erfolg. Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden. Gut. Uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Verdieten zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endlich los. Entschuldigung. Ich mache mir mein Glück. Ja, ist ja gut. Wir haben es verstanden. Du brauchst gar nichts, Junge. Sir, ich bestätige. Die Frau ist im Haus. Perfekt. Zeit, sie auszuräuchern. Ich gehe rein und holen. Feuer! Lass keinen Rotracker sehen! Ich hab ihn abgeholt, um ihn wieder zu Entschuldigung! Schnell, schnell, schnell. Let's go, let's go, let's go. Oh, let's go. Alter, was ist denn das jetzt? Nein, was machst du denn? Oh mein Gott. Komm hoch mit hier. So. Ja, warte, ein braver Bursche. Soll ich so ein Sklave? So, Junge. Da hoch kann ich durch. So. Sehr geil. Digga, die Alte nimmt mich nicht auseinander. Was ist das? Gift. Lähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Es hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang. Nein, nein. Hallo. Aber wenn ich nicht renne, okay, dann... Oh, du Fatze, Digga. Hallo, lauf doch. Mein Gott, du Spast, Alter. Oh, ihr Hurenkinder. Bastare. Schwanzlutscher. Lauf, 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 lauf. Come on, man. Come on. Scheiße. Komm, 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 komm Meine Mutter ist verstanden, muss ich alles vor? Ich kann die Stimme von ihr nicht! Geh die meine Hände! Tega, wie viele da noch? Na, fuck. Komm, 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 komm. Ach, Mann, Digga, diese scheiß Rockraten, das ist so unfair, Mann. Voila, das ist richtig unfair, Digga. Das ist maximal unfair. Ja, höchstens gibt's Checkpoints. Ach, du Hure, Digga. Das ist schon asozial, Mensch, bei ein paar Sachen. Ein paar Sachen sind schon richtig asozial im Spiel. Komm, 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 komm. Das ist schon das, was ich dir nicht soße? Ja, ich bin einfach etwas mit dem, was ich das tun? Ja. Oh, ich f*** diese Pisse, ja! Komm. Hallo. Tja, was ist das für ein Bullshit? Du bist doch Feuer, ich drück 24 mal hintereinander Viereck. Verpisst euch, ihr Wubensöhne, mischt euch nicht ein, ja? Verpisst euch, mischt euch nicht ein. Komm, schlag. Digga, was? Ich hab gedrückt, wallah, mit Koran, ich hab gedrückt. Ah, ist wieder 70 Gegner schon wieder, Digga. Ja, ach, komm. Ähm. Wo mischt euch überhaupt denn, ihr Fickfehler, Junge? Wer seid ihr denn? Ich hasse dieses Game, ich hasse diese Scheiße, Digga. Das ist so eine schwule Scheiße. Das ist so eine schwule Scheiße. Wallah, das ist so schwul, das ist nicht in Worte zu fassen, wie schwul das ist. Das ist so f***ing gay. Ohne Witz, das ist maximal gay, Digga. Verpisst dich, du dreckige Junge. Aber die ist die nervigste mit Abstand. Ach, mein Gott. Nichts funktioniert in dem Game, Digga, teilweise. Nichts funktioniert. Nichts funktioniert. Junge, 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 Junge. Richtiger Abstrutz. Richtiger Abstrutz, Alter. Gott sei Dank Hoop, ich wollte das nicht tun Ich trainierte euch dafür, ich habe es nicht anders erwartet Warum? Um Liam Zeit zu geben Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte Ich werde ihn aufhalten Er wird dich erwarten Schade Ihr hattet so viel Potenzial Halleluja, weiter geht's So, nice Junge Kannst du die blindern? Ich kann sie aufheben Was soll ich mit dir machen? Digga, das sieht ganz weird aus Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut Wir sind jetzt bei Digga, 50 Minuten Ich würde sagen, das reicht Mit der Folge Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Gedenke ich mal auch in der letzten Von Let's Play Assassin's Creed Rogue Bis dann, checkt die Mets Auflöschen die Zwiebeln Und haut rein Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!